und hiermit herzlich willkommen zurück zu spongebob with the cosmic shake sprich mit kassandra machen wir doch zuerst machen wir die ganzen gegner platt auto liebes bisschen ist es auch ein burm hier jetzt sind auch noch die bürmer hier und zuerst nämlich die ganzen gelesorten auf so hier wären wir kassandra was das jetzt zu sagen ich habe fast all das süße süße gelee das ich brauche um euer chaos ungeschehen zu machen aber aufgepasst schätzchen deine nächste reise führt dich an einen ort an dem spaß und angst ein und dasselbe sind ihr müsst in den vergnügungspark zurückkehren der sich handschuhwelt nennt freu dich nicht zu früh dein kostüm ist fast fertig aber es fehlt noch eine zutat kugelfisch atem erst dann bringt es dich in die handschuhwelt vielleicht kann uns mrs puff sagen wo wir kugelfisch atem bekommen schließlich ist sie lehrerin äh patrick mrs puff ist ein kugelfisch ich glaube nicht dass das jetzt eine bessere abkürzung ist aber immerhin doch 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 war es mrs puff wir brauchen ihre atem fange die kreien um das gebiet zu sichern ok acht stück ja aber darf ich denn einfach so nach unten glaube nicht nur darf ich nicht da sind sie da sind sie also ich muss gehen da sind sie so da habe da oben ist noch einer da 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 Knopf geben. Okay, jetzt sind wir das hier abgeschlossen, aber jetzt setze ich in der Bratulie. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier wegkomme. Das heißt, ich muss mich jetzt sterben lassen. Nevermind. Augen offen blieben. Ah, jetzt kommen wir auch zu dem Notiz. Wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde. Wow, das war fantastisch, Mrs. Puff. Könnten Sie das nochmal machen? Mit Sicherheit nicht. Oh, bitte, 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 bitte. Viel Glück, SpongeBob. Vermassel es nicht. Keine Sorge, Mrs. Puff. Wir haben alles unter Kontrolle. Aber die Notiz. Ameno. Hätte beinahe die Notiz bekommen. Beinahe. Tja, alles geht zurück zum Anfang. Läuft. Läuft. Mrs. Puff, macht's bestimmt Spaß, das immer wieder zu tun. Habe ich recht, Patrick? Agent Saugstark braucht Hilfe vom besten Freund. Over, Patrick. Game over. Erst verliere ich Bikini Bottom. Und jetzt noch meinen besten Freund. Verlierer. Nein, ich kann nichts verlieren, wenn ich es weiter versuche. Ich finde Patrick und dann sorgen wir dafür, dass Bikini Bottom wieder ganz normal wird. Super. Suche Patrick. Oh, noch mehr Gelee. Oh, noch mehr Gelee. Was muss ich denn machen? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist deine einzige Chance, deine Freunde zu beeindrucken. Vermasse lässt mich. Wie viel brauche ich denn? Ich sehe es nicht durch die Katze. Mach mal noch. Aber jetzt war es sicher, wie es geht. Es sei denn, sowas passiert dann. Stimmt jetzt immer auch Patrick nicht mal, der uns auffängt. Okay, dann lasse ich mal so bleiben. Okay. 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 Gut, okay, das gefällt mir. Wie viele Gold-Doplonen gibt es denn hier? Acht, okay. Also wenn es immer solche lustige Aufgaben sind, dann gerne. Ich habe nicht gesehen, dass es so ein Explosions-Tut war. Schnell, schnell, schlüp in das Fäustchen. Kann ich da mit dem Fahren? Ach, Mist. Langsamsten und am wenigsten schmerzvollen Achterwand, der Handschuhe ist. Hat da etwa jemand Angst vor der Weite? Ich habe eins übersehen. Möchte ich auch noch gerne haben. Vielleicht kriegt man dadurch ja auch einen Dublon. Tatsache. Ist hier irgendwas für mich? Oh, hier kann man einen Dongle. Immer schön im Kreise. Wenn es aufhört, hast du eine Meise. Definitiv. Oh, hier kann man gehen. aber ich wäre so, wie ich es aufhört. Okay, jetzt bin ich in der Nähe. Ich würde mich nicht mehr schlipp um, wenn ich mich einfach ist. okay die glocken kann man auch betätigen gut zu wissen aber ich jeden kong mitnehmen das geht nur okay was erwartet uns hier wie mir was ist das für ein schönes Lied da kriege ich Lust auf Boogie ach so der Handschuh war dort so als nächstes Herz du bist hier und als nächstes Patrick nur ein Dublo nach den anderen wie viel brauche ich denn eigentlich für die nächsten Kostüme 10 ok dann finden wir uns nur noch 2 ich will das hier der O-Business nein nicht der Handschuh Heini nein alles nur nicht der Handschuh Heini die Handschuh Welt hatte keine neuen Besucher seit du den Tag mit deiner kosmischen Entzüchterung isoliert hast du hast du einen Tag und niemand gibt dir einen Tag so so und was machst du als nächstes oooh nö 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 never ever Autsch. Durchquere den Handschuh-Tunnel der Liebe. Gut, aber da jetzt hier ein Checkpoint war. Da hier ein Checkpoint war, sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Spongebob von Kopf The Cosmic Shake. Bis dahin, tüdelü.